Wow, 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 wow. Die Knochen prallen ab, das ist nicht gut. Stirb, stirb, stirb. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Du sollst mich in Ruhe lassen. So, jetzt stirbst du aber. Dankeschön. Schade, es reicht nicht ganz für Level 3. Egal, ähm, ich nehme einfach mal die Raketen. Denn damit gehen die schnell tot. So, ja, das meinte ich. Der Vogel will mich nämlich jetzt angreifen, weil sein geliebter Totenschädel tot ist. Endgültig tot. Level ab. Okay, äh, mache ich das jetzt ohne Betroffenswerden? So, ja, genau, ich kann die Knochen ja zerstören, das ist praktisch. Alles klar. Hm, ist da oben noch was? Nein, soweit ich sehe nicht. Aha, aha, aha. Stirb, du auch. So, alles klar. Äh, ihr seid nervig. Ich wünschte, ich hätte das Maschinengewehr. Das werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, dass ich wünschte, dass ich das Maschinengewehr hätte. Lass mich in Ruhe, Vogel. Na, wenigstens gibt es uns die Erfahrung zurück. Hm, so, bevor du uns irgendwelchen Schaden machen kannst, stirbst du auch. Und du sowieso, du blöde Schnecke oder was auch immer du darstellen sollst. Oh, noch mehr von euch. Kommt, sterb einfach hier. Weg mit euch. Oh, ich will da hoch. Denn das sieht so aus, als wäre da oben noch irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich meine, es sind noch drei Hunde und die Gegend ist jetzt hier nicht so groß, ne? Und... Ja, da oben ist noch was. Okay, wir brauchen keinen Hund um die Tatzen sehen zu können. Wie man hier sieht. Mhm, 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 mhm. Okay. Da geht es anscheinend nicht lang. Dann gehen wir nach links. So. Und das ist ein Hund. Und der läuft für uns weg. Na toll, jetzt müssen wir den Hund einfangen. Oh, nein. Karte. Ah. Okay, das letzte Mal habe ich nicht auf die Karte gesehen. Das hier ist doof. Es ist komplett dunkel und wir sehen nicht, wo was ist. Und man sieht, hier sind die Knochen. Das heißt, da ist ein Sandkrokodil. Und man sieht, von da oben fällt Wasser runter. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie genau ich an das Hündchen drankomme, ohne darunter in das Sandkrokodil zu fallen. Ah, das ist doof. Okay, hier müsste ich hochkommen. Ja, genau. Aha, aha, aha. Okay, ich glaube, hier kann, na, nein. Hier kann ich hoch. So. Und dann, genau, wenn ich dann hier rechts gehen würde. Ich gehe einfach oben drüber. Und so kriege ich den Hund. Hi, Hund. Wie geht's dir? Ja, ich möchte den Hund mitnehmen. Wie ist der überhaupt da hochgekommen? Ich meine, er ist nur eine Sekunde vor uns in das Haus reingegangen. Dummer Köter. Egal. Nein, du bist nicht dumm. Du bist schlau, weil du da hochgekommen bist. Aber egal. Du machst uns Ärger. Da falle ich nicht rein. Nicht nochmal. Also beim ersten Mal habe ich das, wie gesagt, ohne die Karte gemacht, weil ich einfach nicht daran gedacht habe, dass ich das Kartensystem habe. Und ich bin dann natürlich da im Dunkeln rumgehört und habe versucht, irgendwie mit meinen Schüssen es zustande zu kriegen, auszufinden, wo ich überhaupt lang kann und lang muss. Und bin dann natürlich prompt in das Sandkrokodil reingefallen und habe wieder zehn Schaden genommen. Das war richtig toll. Oh, das kann laufen, obwohl es keine Beine hat. Besser gesagt, springen. Stärkt. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach noch durch. Lass mich doch. Mann, was habt ihr gegen mich? Seid ihr auch vom Doktor oder wie? Um wem ich? Na toll. Ja, genau. Wieder auf Level 2 runter. Okay, ich spring einfach aber nicht drüber. Das ist mir jetzt egal. Und euch kann ich von hinten schön erledigen. Na, du bist natürlich ein Herzen. Ja, genau. Gib mir Herzen und Raketen, aber gib mir bloß keine Erfahrungskristalle, denn die brauche ich ja nicht. Ich habe ja alles auf Level 3. Hö, hö. So. Ihr gebt mir hoffentlich Kristalle. Nein, natürlich nicht. Nur noch mehr Raketen. Mehr Herzen. Na, egal. Herzen kann ich gebrauchen. Deswegen gehe ich auch nochmal hier rein, so. Äh, nein. Raketen habe ich voll gut. Gleitern wir weiter hoch. Und geben Jenka ihren letzten Hund zu... Nein, eher nicht ihren letzten Hund. Den nächsten Hund zurück. Sind ja danach noch zwei weitere. So. Erzählst du jetzt bitte die Geschichte weiter? Oh. Ja, ja. Das ist garantiert einer von meinen lieben, lieben Hündchen. Und wir geben ihr das Hündchen. Vielen Dank. Ich danke dir sehr. Wir sind jetzt bei drei. Ja, das weiß ich. Ich kann auch zählen. Hast du jemals ein Wild geworden, Mimiga, gesehen? Ja, schon zweimal. Ich habe zwei von ihnen besiegt. Einmal Igor und dann den anderen in dem Haus, wo ich den Raketenwerfer... Nein, nicht den Raketenwerfer. Wo ich, glaube ich, eine Erweiterung für den Raketenwerfer gefunden habe. Die in die Ecke gedrängten Mimigas hatten gehofft, dass die roten Blumen ihnen Stärke geben würden. Oder ihnen... Ja, doch. Geben. Die aßen sie und dann haben sie die Roboter bekämpft. Allerdings, weißt du, was mit ihnen danach passiert ist? Punkt, Punkt, Punkt. Es ist eine traurige Geschichte. Die wütend gewordenen Mimigas waren nicht in der Lage, ihre eigenen Taten zu kontrollieren. Ach nee, die wütend gewordenen Mimigas, die nicht in der Lage waren, ihre eigenen Taten zu kontrollieren, verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. So, ich wusste nicht, dass danach sowas kommt. Deswegen habe ich das falsch übersetzt. Wenn die Gerüchte wahr sind, oder wenn man ihnen trauen kann, sind sie zur Oberfläche hinabgestiegen, wo die Menschen leben. Eine Armee von wütenden Mimigas, die auf die Erde losgelassen werden. Wenn das wahr wäre, verstehst du jetzt, verstehst du, wie gefährlich die roten Blumen sind. Zwei weitere. Okay. Jetzt hat man auch gehört, die Mimigas sind zu ehrlich hinabgestiegen. Und wir sind auf einer Insel. Das heißt, die Insel fliegt oder schwebt. Es ist keine Insel im Meer. Ja, das ist auch besonders. Und deswegen findet man hier auch eigentlich nicht so wirklich viele Menschen, sondern nur Mimigas. Und ja, das erfahren wir später auch nochmal genauer, aber das war jetzt schon der erste Hinweis darauf, dass die Insel fliegt im Moment. Na toll. Ich habe die Dinger wieder eingesammelt, ohne meinen Polarsternen auszurüsten, um da die Energie zu kriegen. Die Erfahrung. Und Level 1, ja, war ja klar. Und alle Gegner sind wieder da. Es ist so wunderschön. Ich weiß schon, warum ich T-Cent so nicht so sehr mochte. Oder warum sie mich aufgeregt hat. Ich mag es ja eigentlich schon, weil es ist eigentlich ein cooles Level. Aber, und ich, naja, ich bin so ein Depp. So, Level up. Hier treffe ich mich nicht. Und dich sammle ich auf, bevor du weggehst. Gut. Wunderbar. Dann kann es ja nur noch besser werden. So, okay. Dich mache ich auch erst mal fertig. Vielleicht gibst du mir auch noch schöne Kristalle. Guckst du mir auch? Ja, du gibst mir Kristalle. Ich liebe dich. Ich danke dir. Ich habe dich zwar gerade betötet, aber ich liebe dich trotzdem. Es ist nicht wunderschön. So, 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 so. Ich muss noch zwei weitere Hündchen kriegen. Und dafür muss ich jedes Mal diese blöden Vogelgegner und ihre Köpfe besiegen. Weil die Hunde garantiert hier unten sind, weil da oben war ich ja schon. Ah, nein, äh, stürm. Mistvieh. Dötvogel. Dötes Vogelfieh. So. Soll es gefährlich sterben. Nichts anderes. Nein. Ja, ja. Und, habe ich schon erwähnt, dass ich hier gerne das Maschinengewehr hätte? Hehe. Naja, aber der Feuerball macht hier eigentlich auch eine gute Figur, wie man sieht. So. Ja, ich fülle erst mal dich auf. Du könntest auch noch was gebrauchen. Gib mir doch mal Fahnskristalle. Nein, natürlich Raketen. Denn wir haben auch schon Raketen außer mir. Mhm. Ein Hund, ein Hund. Was bist du? Du hast Beine. Du siehst alles wie, äh, so ein Vieh aus Tengen-Toppa-Gurren-Lagern. Falls einer von euch das kennt. Meister, ist ein Anime. Der ist ziemlich cool. Also, falls ihr den mal gucken wollt. Oder, äh, besser gesagt, ich empfehle euch den mal zu gucken. Und dieses Hündchen rennt auch schon wieder weg. Ja. Ich will euch doch nur zurückbringen. Ha. Erwischt. So. Hündchen. Hündchen. Ja. Und wir bringen dich zurück. Um danach nochmal die Gegner zu besiegen und nochmal zurück zu Jankas Haus zu gehen. Ha. Wunderbar. Aber egal. Es ist fast geschafft und wir erfahren auch dafür die Hintergrund-Story ein bisschen besser. Noch nicht komplett, aber immerhin. So. Ah, sie sehen, sie scheinen dich einfach nur gerne zu haben. Ja, deswegen rennen sie auch von mir weg. Klar. Meine Hündchen verschwenden ihre Affektion, ihre Affektion, ihr, 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 ihr Liebhaberpotenzial nicht an schlechte Leute. Vielen Dank. Juhu. Vier Hunde. Oh Gott. Du bist auch hinter dem Lagerhaus-Schlüssel her, nicht wahr? Worin die, in dem Lagerhaus liegen die Samen zu den roten Blumen. Ich kümmere mich nicht darum, wer du bist. Mir ist es egal. Aber du wirst den Schlüssel nicht bekommen, um das Lagerhaus zu öffnen. Äh, das. Oh, ich muss eben husten, Entschuldigung. So, wieder da. Sorry, Leute. So, äh, um das Lagerhaus zu öffnen. Nein, noch nicht um das Lagerhaus zu öffnen. Das Lagerhaus zu öffnen würde dieselbe Tragödie wieder von vorne beginnen lassen. Eins, zwei, drei. Es fehlt nur noch eine. Okay. Aber bevor ich das letzte Hündchen hole, speichere ich mal eben und mache hier einen Schnitt. Und dann kann ich auch mal was trinken, damit ich nicht weiter husten muss. Aber ich mache gleich weiter. Also, bis gleich, Leute. Ciao. 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 Ciao.